Hier spricht Ostra, das ist die Noob-Tour. Wieder dabei sind Darathon und Nightmare immer noch bei Move or Die. Wir sind bei der zweiten Haltestelle dieser Tour. Sie sieht chaotisch aus, ähnlich wie die erste. Die Leute wollen anscheinend, dass wir uns gegenseitig anheizen. Und ich denke mal, ohne viel Tamtam geht es gleich los. Wir haben ein bisschen umgestellt. Es kommen, glaube ich, andere Spiele jetzt durch die Mutationen. Und ja, stimmt fleißig ab, wohin die Tour als nächstes geht. Ich würde mich freuen. Auf geht's. Wir haben coole neue Charaktere. Genau, coole neue Charaktere. Oh, Skinner-Modo. Ich spiel jetzt mit. Ich nehme das, was Bomben werfen. Ich nehme das, was der Ostra nicht kann. Warte mal, ich nehme das mit dem Hut. Die Farben auf jeden Fall nicht. So, das reicht mir. Ich habe mal alle reingetan. Nee, ich habe nicht alle mit reingemacht. Haben wir jetzt eigentlich wieder 100 Punkte oder hat das mal jemand? Ich glaube, jetzt haben wir weniger Punkte, weil die Matchdauer auf der Zeit ist. Gooo. Gooo. Ja, gooo. Mutator? Oh, du bist Mutator? Oh mein Gott, ich darf wählen, was ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Für maximale Verwirrung erstmal das. Spieler können nur um sich herum etwas... Oh, fuck you. Für 400 Blöcke. Ja sicher. Ja sicher. F1. Hallo? F1, F1, F1. Oh meine Presse. Oh, wie ich hier fettes gerockt habe. Was hast du gemacht? Nix, achso, ja. Aber Zombie, Zombie-chan. Achso, der Mutator zählt erstmal für die nächste Runde. Ja, genau. Der zählt so lange, bis der nächste Mutator... Ah, guck mal, der freut sich die Ratte. Aus mehreren Gründen habe ich diesen Skin gewählt. Geilse Ratte. Dann ist bei dir ein Pilemann da unten und dann ist das dein Kind. Das ist mein Bauchnabel, hoffe ich. Oh nein. Wo ist der Hut? Was? Da hat er ihn. Nein, da hat er ihn. Jada, Jada, was? Jawohl, da hat er ihn. Wo ist der Scheiß? Ah, fuck. Nein, der wechselt doch. Nein, 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 nein. Nimm ihn ab, nimm ihn ab, nimm ihn ab. Yes, Baby, Alter. Jawollo. Du hast auch ein Bein weniger, das ist natürlich unfair. Ja, er hat aber einen Knochen dafür. Jawohl. Übrigens, sorry, Ripp an alle Kopfhörer. Auf Stumpeln lässt sich nicht so gut rumpeln, weißt du das? Oh, einer ist schon geplatzt. Der ist schon geplatzt. Das Problem ist, ich sehe nicht, wo bereits Blitze sind. Ach wirklich? Nein, da. Ich glaube, da war einer. Das kann nicht wahr sein. Und das wird jetzt gemein, weil man nicht weiß, wo die Farben sind. Weiß ich nicht. Also ich weiß, wo meine Farben sind. Ich auch, da wo ich sie mache. Außerdem kenne ich das Leben nicht. Also ich muss sagen, auch die Mucke ist super gut gewählt vom Spiel. Das Spiel ist mega geil. Alles vom Spiel ist mega geil. Deswegen habe ich sie auch in die Wahl gestellt. Das ist einfach super lustig. Das war super knapp, glaube ich. Wie habe ich das denn gemacht? Da freut er sich jetzt schon. Oh Gott. Ich hoffe, ihr habt alle Lichter mitgebracht. Ach du Scheiße. Das war clever. Das war sehr taktisch gespielt. Lass euch vorlaufen, damit ihr kaputt geht. Ich weiß, in der nächsten Runde werden alle stehen bleiben. Oh nein. Oh nein. Ich hoffe, ich. Jawoll. Dankeschön, Game. Thanks, Game. Oh, Doppelsprung. Geil. Oh nein. Ich glaube, das wird ziemlich scheiße werden. Oh nein. Nein. Nein! Doch, 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 doch. Doch, doch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, ich glaub, da gibt es vielleicht noch einer. Voll traurig. Oh, fuck. Yes! Das war nicht echt. Doch? Nein. Ich hab dir doch gegeben, die Bombe. Ja, und dann habe ich dir sie zurückgegeben, weil du durch mich durchgelaufen bist. Sehr gut, sehr gut. Zum Glück weiß ich fast, wer ich bin. Wir können uns nicht gegenseitig zerstören, der macht uns fertig, der Junge. Ich mach das ja nicht mit Absicht. Doch, das machst du mit Absicht. Doch. Ich weiß nicht, ob er das mit Absicht macht. Hopp. Bleib jetzt oben, ihr könnt mich mal. Hopp. Wo bist du? Oben. Komme. Hopp. Wow. Blöder. Mach ihn lang, ey. Huuu. Scheiße. Mach das aber praktisch auch sehr gut. Ulte Ustra weiß, dass das rote Zeug schlecht ist. Ja. Oh, wenn ist das jetzt Licht an? Wo ist der Hut? Ach da hinten. Oh nein. Scheiße. Ach, come on. So. Während ihr noch struggelt mit dem Level. Nehmen wir den scheiß Hut ab. Ihr Buhens, Alter. Was wollt ihr von mir? Das spielt ihm aber in die Hand. Das spielt ihm doch immer in die Hand. Gute. Sieben. Zwei. Mie. X. Jeeee! Ich bin blau. Ich bin blau. Umrandum. Oh nein! Ich bin blau umrandum. Ich bin blau umrandum. Nidolon. Ach Scheiße. Ohhhh. Das tut mir auch voll leid für euch. Also ich muss ehrlich sagen. Mit mir diese Spiele zu spielen wie. Oh, wer ist denn der größere Held? Ahahahaha. Mit fette Klapphalte Schlampe Die Spiele, die man mit Controller spielt Das ist eigentlich schon mal ein erheblicher Nachteil für mich Oh, jetzt muss ich einfach noch hier durchlaufen Es ist einfach traurig, oder? Vielleicht möchte ich bitte wieder ein richtiges Computerspiel spielen Die letzte Station der Newtour Je nach endet nicht nur die Jew, sondern auch diverse Freundschaften Freundschaft genannt, Kooperation mit Ostra Ist auch mit Supporting beendet Könnt ihr euch über eurem eigenen Scheiß da auftreiben Und nicht in meine Ecke gehen? Deine Ecke? Deine Ecke, Alter! Also ich bin einfach Ich bin einfach zusammen Ihr seid doch ein Channel Ihr seid doch eine Identität Komm, mein Mutator Warum kriegst du denn eigentlich immer? Weiß ich nicht Ich weiß nicht, was das bedeutet Wir machen Doppelsprung Oh! Ich bin immer nett für euch Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Superhot wirklich! Oh fuck me! Moment, heißt das, wir müssen stehen bleiben Und dann werden wir uns bewegen Ja, wenn ihr euch bewegt und ihr habt diesen Kreis um euch Diese Kugeln bewegen sich schneller anscheinend Ich hab gerade auch erst Kraft Viel zu spät offensichtlich Ist wie Superhot Ist wie Superhot, ja Aber der ist neu Was ist das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh mein Gott! Ja, wir spielen zusammen Komm, wir machen ihn jetzt mal fertig hier Ja, komm! Ihr wollt mich fertig machen? Der müsste mich erst mal erwischen Nein! Der eine, der schon mal machen wollte Der Hut Na komm, jetzt musst du aber auch ankommen hier Oh Mann! Kukuchi Uiuiui Das Hütchenspiel, das kann ich ganz gut Das dumme Hut Jawoll Oh nein, das dumme Hutspiel Nein! Oh shit! Gib mir den Hut! Mein Hut! Nein! Nicht er! Alle, nur nicht Ustra! Jawoll, da hat er den Hut! Da hat den Hut auf! Nein, da hat den Hut nicht mal auf! Doch, da hat er ihn wieder! Du hast den Hut auch ziemlich lange auf, ich glaub Ich mach hinten ne Farm auf, Alter Leck ich doch einfach Warum hab ich nicht mehr auf gehabt? Weil jeder Nee, jeder hat die Krone bei sich selber auf Kann das sein? Ja, wahrscheinlich ist das Damit du siehst, wer du bist Nee, ich hab keine Krone Nee, man hat normalerweise diesen farblichen Umring von seinem Team Irgendjemand hat er schon wieder Na komm, wir machen das jetzt mal beide, oder? Oh, oh, oh! Was ist das denn da? Ein Schalter! Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das tief aus Long Island? Offensichtlich ist das schlecht Alter, das ist... Der hat doppelt so viele Punkte wie wir Ich weiß gar nicht was los ist, Alter 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 Habt ihr da auch was los? Ich weiß gar nicht Die neun Euro für das Spiel wieder Irgendjemand ist hier voll die Ratte Ja Ja Wer das wohl sein kann Blau, blau, wir müssen nur blau vernichten Mhm, ja Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch Ah, das könnte ich haben, ne? Ja, hab ich auch sagen Ja, ja Hauptsache nicht der Hauptsache nicht der Also jetzt bin ich schon ein Schimpfwort geworden Hauptsache nicht der Ich glaube ich kriege den Mutator, oder? Ja, sicher kriege ich das So Ähm Mach Bomben ab, oder? Mach mal Stabilisators Ja, wir gucken mal alle Führender Spieler ist langsamer Och! Oh, sehr gut Ich glaube immer langsamer Ne, der führende Spieler Der führende ist auch immer langsamer, genau Also ich bin super, super hot lame Momart Schubst ihn Jo Was war das denn? Habt ihr gut gemacht Ich weiß gar nicht was passiert ist Südelfloor Ich knallte dann was Raus, leider weg Hier Küsst euch Now kiss Küsst euch doch selber, Alter Nein, 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 nein Oh fuck Jawoll Aber egal Jeder Punkt Jeder Punkt in Richtung rechte Hier ist ein Ah Der macht das Der darf jetzt kein Spiel mehr gewinnen Das ist egal Wir können gar nicht mehr gewinnen Weil der Ostra, wenn er fünfmal verliert auch gewonnen hat Das ist voll korrekt Du kannst Boah, Mathe Ich liebe Zahlen Wuhu Mathe ist so mächtig Können wir denn bitte mal den Scheißhut Ey, das gibt es doch nicht Ich glaub ich Ich bin doch voll langsam vor allen Dingen Ich mach einfach, ist mir egal Ich glaub das packt nicht mehr Oh, voll traurig Ah, kennt ihr dieses Gefühl? Kennt ihr dieses Gefühl, wenn alle anderen um einen rumversagen und der wahre Held ist? Kennt ihr dieses Thema aus der letzten Woche? Wie lange ist die Folge? Können wir doch ne schnelle Runde ziehen? Ja, wir können doch ne schnelle Runde ziehen Ja Schnelle Runde Doch Wir haben jetzt ne Level, ne Skills Nein Hoffentlich kommt irgendwann neu, weil das was passiert ist Level neu ab Ich kann jetzt Remote Spam Oh geil, Alter Endlich Was hab ich? Vertigo Oh, neuen Modus hab ich Warte auf den Horst Ich mach schon mal ein neues auf Ja Ja, okay Passwort Wie gerade Okay Das müssen wir den Leuten nicht verraten, was unser Passwort heute ist Das stimmt Charaktor Euror Charaktor Euror Ich glaub ich nehm die Rasse Die hat mir gerade ein Stück gebracht Ja Sagst du? Baue eine Verbindung auf Eine De 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 ich bin bereit warte mal schauen ob ich irgendwie habe ich neue skins bekommen ich bin jetzt das twitchy mode passen zum stream heute achso oh mein gott wähle zwei modi so geister schreck schwere kugeln wir haben nur komische sachen gewählt glaube ich das war ja auch noch an endlich mal jemand anders natürlich nimmt er den doppelsprung natürlich spalkum roll berühre den verdammten ball nicht ich hoffe der sport nicht bei mir ey geh weg 25 punkte sagst du nur kriegen wir hin fünf spiele oh nein was ist das jetzt aber ein neues level doch ist ein anderes ja minimal alle nur nicht der blaue nur nicht der blaue ja wir sollten vielleicht mal hier die rosa gefase ein bisschen einbämmen ich weiß nicht wie du das siehst also irgendwie sich nur auf mich zu konzentrieren das ehrt mich auch und so aber ja nein lass es nicht gar oh was ist jetzt los oh was ist los warum wie hast du das gemacht mit x kann man jemanden scaren achso mit x wenn man niemanden nicht trifft dann ist man gestunnt genau das hätte ich vorher wissen müssen gut dass ich auch diese tutorial geskippt habe völlig egal was muss ich denn kann ich schießen ja weil es nur eine kugel gibt ne wie mehrere shotgun boom oh nein warum bin ich hier oben oh lol oh schade komm du warst doch mal soldat ja ich wusste nicht wie man schießt das wurde mir als soldatschwerke beigebracht ich kann die waffen nur halten aber wir müssen nach oben grüße schwindel ok ich glaub ich hab gewonnen ich hab mich gar nicht bewegt was ist denn los mit euch der bleibt stehen und gewinnt ja sehr was ist das ich glaub ich muss mich bewegen und stirbt man oh das war knapp oh du scheiße gerrecke das kann doch nicht wahr sein oh der rippt glaube ich einer der hat doch aimboard das war doch ein aimboard ein gewinn noch auf abrausch gewinne ich nicht oh jetzt muss ich wieder gucken ok ok das ist meine opportunity zu gewinnen opportunity erstmal schön licht ausmachen erstmal schön sexy times sexy ostra sexy ostra der sexy gunther oder wie der heißt der günther der ist doch der lass günther da raus und rief ich glaub wir müssen hier irgendwie den grünen putzlappen müssen wir mal hier ein bisschen anziehen jawoll hat's da rum ah lucky jaaa alle hoffe auf das was Licht scheinen gehört mir übrigens Oh, das wird so behindert! Oh, ein Punkt noch! Ich glaub ich gewinne! Oh ja, ich... Hallo? Oh oh! Gib mir die Kugel! Gib die Kugel! Boom! Umdrehen! Schießen! Nicht in die Richtung! Nein, wo sind die Kugeln? Wo sind denn hier die Kugeln? Weiß ich nicht! Wo ist die Kugel? Habt ihr die Kugel gesehen? Der hat eine Kugel in der Waffe! Hab ich gar nicht, Alter! Was ist denn los mit euch? Fuck kill you! Boah, da, hier! Ich hab die zweite Kugel, du Fichser! Boom! Weggeschnippt! Boah, wie dreckig, Alter! Wer ist der Geilste? Die Geiste bleibt nur am Aufrasten! Wer ist der Geiste? Ist schon klar! Schon klar! Bitte wählt das nochmal! Junge Leute, wählt es nochmal! Nein! Wenn ich nochmal gewählt bin, spiel ich nicht mehr mit! Holy fucking shit! Ja, das war, ich denke mal, das war erstmal Move or Die! Dankeschön fürs Zusehen! Diese Haltestelle war, äh... Ja, aufregend! Wählt die nächste Station in der Noob Tour! Wir würden uns alle natürlich drüber freuen, noch mehr Crazy Stuff für euch zu zeigen! Und bis zum nächsten Mal! Vielen Dank für den Crazy Stuff! Großer Wunsch von mir! Keine Konsolenspiele! Danke! Wir sehen uns in der nächsten Folge! Und in dem Sinne, habe die Ehre! Wir sehen uns im nächsten Mal! Dann sehen uns mal wieder! Wir sehen uns im nächsten Mal!